Das erste internationale Video über den Song How It Is Wap Wap ist rausgekommen. Es ist eine Art Reaktionsvideo. Der englischsprachige YouTuber hinter dem Video hat über 1,7 Millionen Abonnenten. Er hat ein Video über Bibis erstes Single gemacht, weil diese das bisher meist gedislikte Video 2017 weltweit ist. Die Meinung des YouTubers unterscheidet sich nicht besonders von anderen, mit der einzigen Ausnahme, dass er den Riesen-Hate nicht ganz nachvollziehen kann. Ebenfalls besonders ist, dass er regelmäßig Szenen aus Videospielen und TV-Shows passen zu dem, was er sagt, zwischenschiebt. Neben seiner Reaktion covert er auch Bibis Song. Da Bibis Song auf Englisch ist, machen internationale Reaktionsvideos meiner Meinung nach Sinn. Abzuwarten ist, ob weitere englischsprachige Videos über die Single kommen. Was meint ihr? Macht ein Reaktionsvideo von einem internationalen YouTuber über ein Lied einer deutschsprachigen YouTuberin Sinn? Rechts oben könnt ihr auf das I drücken und darüber abstimmen oder eure Meinung in die Kommentare schreiben. Teilt doch das Video, würde mich freuen.